Hallo, schön dich zu sehen. Theo braucht nämlich unsere Hilfe. Er ist mitten in einer Geschichte gelandet und befindet sich auf dem Planeten Vulkanien. Oh je, und außerdem sitzt Theo auf einer Rakete. Auf der steht Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und ich glaube, er will, dass wir ihm helfen. Machst du da mit? Dann los! Vielleicht hast du schon einmal davon gehört, dass eine Geschichte aus einer Einleitung, einem Hauptteil und dem Schluss besteht. Zuerst kommt die Einleitung. Sie führt in die Geschichte ein. Für die Einleitung benötigst du Hauptfiguren und einen Ort, an dem die Geschichte spielt. Eine Einleitung kann ganz kurz sein. Oft reichen ein oder zwei Sätze. Eine Einleitung sollte außerdem möglichst interessant und vielleicht sogar witzig sein. Dadurch bekommt der Leser nämlich Lust darauf, die Geschichte weiterzulesen. Im Hauptteil wird dann die eigentliche Geschichte beschrieben. Also das, was die Hauptfiguren erleben und welche Konflikte sie vielleicht lösen müssen. Dabei wird die Spannung gesteigert und die Geschichte erreicht den Höhepunkt. Am Schluss wird dann kurz erzählt, wie die Geschichte ausgeht. Zum Beispiel, wie die Hauptfigur aus einer gefährlichen Situation herausgekommen ist. Wir versuchen jetzt mal eine Einleitung zu schreiben. Ein Thema für unsere Geschichte haben wir schon. Denn Theo ist ja gerade mitten in einer Geschichte und erlebt tolle Sachen. Du siehst auf dem Bild zwei Vampirkinder und Theo. Das sind unsere Hauptfiguren. Wie wollen wir die beiden Kinder nennen? Ed und Edda finde ich gut. Ah, und auf dem Bild siehst du auch ein Schild. Darauf steht der Ort Vulkanien. Damit kennen wir auch den Ort, an dem die Geschichte spielt. Und zum Schluss brauchen wir noch eine Aufgabe. Ich sage mal, dass die beiden einen Aufsatz über die Menschen auf der Erde schreiben sollen. Jetzt müssen wir diese Informationen nur noch in einem Satz zusammenfügen. Ich zeige dir mal, wie ich das machen würde. Die Vampirkinder Ed und Edda leben auf dem Planeten Vulkanien. Eines Tages sollen sie einen Aufsatz über die Menschen auf der Erde schreiben. Da kommt Theo auf eine verrückte Idee. Na, wie findest du meine Einleitung? Alles, was danach geschrieben wird, gehört zum Hauptteil. Du siehst, dass du für eine Einleitung vor allem drei Dinge benötigst. Erstens, mindestens eine Hauptfigur. Zweitens, einen Ort. Drittens, eine Aufgabe. Wenn du die drei Dinge hast, dann fügst du sie nur noch in wenigen Sätzen zusammen. Ganz einfach. Oh weh, der arme Theo ist immer noch auf dem Planeten Vulkanien. Ich glaube, wir müssen die Geschichte so zu Ende schreiben, dass Theo wieder gesund zur Erde zurückkehrt. Schreib doch die Geschichte weiter. Was könnten Ed und Edda über die Menschen auf der Erde denken? Und wie kommt Theo wieder nach Haus? Ich wünsche dir viel Spaß beim Schreiben. Tschüss! Schreib doch die Geschichte.